Sie möchten klein, schmal, wendig, Sie möchten einen Kastenwagen, aber trotzdem zu viert verreisen? Wir haben die Lösung. Hymakar Kastenwagen mit Aufstelldach. Das Schlafdach finden Sie über der Sitzgruppe. Wir haben jetzt exemplarisch schon mal die Verkleidung abgenommen, diese ist aber trotzdem im Lieferumfang mit enthalten. Um das Schlafdach nachher zu betreten, achten Sie bitte darauf, dass Sie den Tisch nach hinten klappen, arretieren, die Halterung nach hinten schieben und erst dann die Leiter aufzubauen. Diese befindet sich über dem Fahrerhaus und ist zweigeteilt. Wir haben an beiden Seiten der Leiter jeweils einen grünen Punkt, dass Sie erkennen können, wo diese zusammengeführt werden. So, einmal verschließen und dann ist die Leiter vorbereitet. Diese wird dann in den dafür vorgesehenen Halterungen eingeführt und an den Fußboden arretiert. Lösen Sie bitte die Verschlüsse, indem Sie sie um 180 Grad drehen und einmal eventuell einen ganz kleinen Ruck nach unten geben, dass sich auch die Schnalle löst. Das Ganze entsprechend auch auf der anderen Seite. Und dann ist es kinderleicht. Sie drücken nur noch mit einer Hand das Dach nach oben und es entfaltet sich komplett wie von Zauberhand von alleine. Um das Dach zu schließen, geht es eigentlich im gleichen Schritt wieder zurück. Sie haben hier die Leine zum Runterziehen. Achten Sie bitte darauf, dass diese kleinen roten Schleifen nach innen zeigen, sodass auch das gesamte Polster dann auch innenliegend ist. Und dann ziehen Sie es entsprechend runter und verschließen dann die Verriegelung wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017